Ich suche mal einen anderen Planeten. Irgendwas muss ja in diesem Sonnensystem sein, was keine Lava hat. Ich glaube, wenn man zweimal reinspringt, macht das keinen Schaden mehr. Echt? Warte. Hold my beer. Oh Gott. Probieren wir mal den da. Der sieht dunkel aus. Der sieht aus wie ein dunkler Planet. Baut euch über die Lava, dann könnt ihr mehr finden. Nein, wir finden da nur andere Inseln. Und einen Schacht drunter, die Abbauroboter verbrennen da auch. Vergiss es. Was für Nubes? Die Sonne hat, glaube ich, nur wenig Lava. Klingt authentisch. Okay, okay, okay. Hä? Dangerously cold steht jetzt hier wieder. Okay. Aber wir sind gerade im heißen Sonnensystem. Wieso ist der Planet jetzt dangerously cold? Das war schon wieder einer von den Planeten, aber ich verstehe es nicht. Lieber GR Palme, ja. Einfach nur ja. Alles klar, es ist wieder ein Dunkelplanet. Und die kennen wir ja schon. Drake! Dankeschön. Wie man Mod wird, einfach oft da sein und durch Freundlichkeit und Präsenz überzeugen. Wieso bin ich da noch kein Mod bei dir? Das, Tobi, weiß ich aber auch nicht. Das muss ein Fehler sein. Meine Fresse, ey. Was ist das für ein Team? Wir können es deine überragenden Mod-Fähigkeiten einfach nicht leisten, Tobi. Wahrscheinlich, weil dann alle gebannt wären. Ohne Hände. Hallo Eri. Nein. Oh, nicht schön wieder. Komm. Nein, Tobi, mach das nicht. Mach das diese Renten nicht immer. Tobi, was soll denn das immer? Hehehehe. 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 Oh nein, ich... Oh nein, 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 nein. Ciao. Tschüss. Ach, weißt du was, ihr scheiß fucking Planeten... Achso, du auch. Hehehehe. Hehehehe. Ah... Tobi ist kein Mod, weil er während des Streams immer zockt. Was? Ja, aber ich verstehe nicht, jetzt... Die Planeten sind jetzt alle, nicht irgendwie... Ist das hier hinten auch ein Dunkelplanet, oder was? Ich versteh's grad nicht mit diesem Planeten. Hm... Ich versteh, also ich versteh, auf dem Planeten gibt's angeblich so Solarium. Ich weiß aber nicht, wo wir dran kommen, weil es gibt noch diese fucking Inseln, wo wir nicht durchkommen, weil wir verbrennen. Wo wir ein EBB-Kit haben. Ich versteh es noch nicht ganz. Try, du hast nix gefunden im Kühlschrank, nicht mehr die Einlegeböden. Ah... Der ist richtig. Der Planet ist richtig. Dat ist ein richtiger Planet. Tobi, der wird uns gut tun. So, schnell noch was essen. So... Auf geht's, ciao. Das Essen ist natürlich jetzt auch weg, ne? Du musst die ganze Lava aufsaugen. Gute Idee. Oh, was? Ähm... 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 WTF? Ja, frag nicht. Übrigens sind wir überall Minen verstreut. Geile Truhen. Leider alle leer. Das im Hintergrund sieht geil aus. Oh, wie die Blätter hier rumfliegen. Das ist ja geil. Oh, ich hab keine Bandagen mehr. Oh, das ist ja nicht so gut. Die sind kaputt gegangen. Alter geil, guck mal die alten Strommasten hier. Tobi? Ja, 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 ja. Oh, ich nehm einfach... Ich nehm einfach, ich nehm einfach nicht. Hölster nach Strommast, Alter. Die sind voll geil. Guck mal... Cool. Und der Hintergrund noch dazu? Megagut! Soll ich da? Oh, Vorsicht, kannst du mal den Typen umbringen? Nein, ich bin wasser. Hä, warum? Ach, der ist ja lieb. Warum bringe ich die überhaupt um? Ah! Lück mich im Arsch. Florian Patsch schiebt gerne 5-Euro-Schein in den Arsch, hab ich gerade gelesen. W-was? Ja. War das von ihm wenigstens? Ja. Ah, das ist ja gut. So. Okay, hört's an dein Telefonmaß. Oh geil. Alter, wie geil! Äh! Ähm. RIP, Tobi! Wie werd ich's doch da hoch? Hä, hier sind überall Minen! Alter! Das ist voll geil, hier mit dem kaputten Fernsehen und so. Bist du, bist du, du lebst, du lebst aber noch, ne? Nein. Ich hab grad ne Gammler-Maske gefunden, was ist das denn? Passt zu dir. Hä, was hab ich denn jetzt getan? Was soll das, Tobi? Tobi. Ich bin ja immer, ich bin ja immer ein guter Freund. Energiesperr. Hä? W-was? Hm? Ich grade doch so, ich bin fast tot, ich hab keine Bandagen mehr. Und du so, oh guck mal da hinten! Ich hab dir angeboten, Banda... Ähm, Tobi, Vorsicht. Sind die böse? Ich weiß es nicht. Ja! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Tobi, Vorsicht! Du hast keine Bandagen mehr! Oh geil, hi! Ihr stinkt nach Käse, wie Curry! So, alle tot! Das müssen wir eigentlich alles mitnehmen, ne? Oh, hier sind Bandagen, cool! Wir müssen das alles mitnehmen. Oh, ne Kiste! Ja, ich hab Solarium gefunden, Tobi! Oh, ich hab ne Hose gefunden. Geil! Hätte ich mal ne Hose, die zu mir passt? Ist voll der Fallout Planet hier, ne? Ist geil! Vorsicht! Alter! Was hab ich denn damit zu tun, Mann? Ich baue uns ein Loch! Danke dir! Ich muss aber ne Bandagen geben hier. Danke, Tobi! Alter! So, alles klar! Tobi, willst du hin? Weg! Hast du das einfach eilig? Ich bin fast tot. Ey, du brauchst Bandagen, aber du bleibst ja nie stehen, um dir mal welche zu nehmen. Ernsthaft? Du hast mir vorher die Bandagen aus der Kiste geklaut. Oh, Bandagen, cool! Ja, natürlich! Oh, Vorsicht! Oh geil! Nein! Nein! Vorsicht! Ah! Nein! Oh! Ah! Fuck! Oh, Tobi, du stirbst gleich! Tobi! Ähm, ich soll dir Bandagen geben. Tschüss! Ciao! Alles klar, ich warte noch mal. Ich geb dir gleich Bandagen. Wie geil ist das denn hier? Pass auf, wir machen das mit den Bandagen mal vorher, bevor wir, bevor wir den Ding passieren. Wie geil ist denn diese, wie geil ist der Planet? Krass! Hi! Tag, Tobi! Pass auf, äh, ich hab auch nicht mehr so viele. Nee, so zwei, drei Stück reichen. Nee, nee, komm, 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 wir machen 50-50. Äh, oder nimm, nimm am besten diese hier. Darf die ganze aller haben. Ich benutze sie eh nicht. Okay. So, ich hab noch diese Neon-Dinger. Habe ich ja alle gegeben, ja, ne? Ja, ja, ja. Was steht hier? Nix, nix. Neglected Rusty Sign? Nix. Ich will ja da mal drauf prügeln, weil ich denke, das sind wirkliche Viecher. Ah! Äh, okay. Ernsthaft? Ja! Willst du denn den? Ähh? Vielleicht bist du vorsichtiger sein und vielleicht auch mal müsst du... Ah! Vorsichtig Tobi! Ne! Oh, hier ist noch eine! Ah, ah! Okay. Man kann die ganz normalen abbauen, das geht schon ganz gut. Wenn man nicht ruflotscht, wie deppert er, ne? Äh... Salirium irgendwas und jemanden... Solarium, nimm das mit! Das Solarium, das brauchen wir nämlich. Achso. Das ist genau das, was wir brauchen. Äh... Was wär denn feiner? Er sitzt hier ganz gechillt! Can you go in the water? Was? Was? Alter, wie geil das hier aussieht, bitte. Äh... Tobi, guck mal bitte in diese Kiste, vor der ich grad stehe. Warte... Unbedingt. Es ist lebensnotwendig, dass du das tust. Was kommt jetzt? Bitte vertrau mir, trag das, was hier drin ist. Trage es. Äh, das ist... Jaaa, Schwestern! Alter, geil! 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 Was ist das hier, der Blob? Der ist lieb. Aha. Und tot. So, kann man die armen Leuten hier auch beklagen. Alter, wie geil das einfach aussieht mit diesem alten Bett und so, dass man übrigens nicht benutzen kann. Was? Die ganzen Sachen hier sehen so cool aus. Mhm, das stimmt. Was hab ich da grad mitgenommen? Ich hab keine Ahnung. Solar Lens, was immer das da ist, ich hab keine Ahnung. Kennst du Solar Jens? Ich kenn nur ESL Jens. Alter, wie geil das aussieht. After Humans! Au. Oh, ich muss... Wie bei Debitor, ne? Ich muss dringend healen. Boah. Vorsicht. Ich renne gar nicht mehr, wie du. Nein? Auch schon wieder so'n Ding, Alter. Hä, was machen die denn hier? Auf dem Planeten passen die so gar nicht drauf. Oh geil. Wollt ihr denn ja keinen Spaten, Alter? Soll ich von denen hier Sachen abscannen? Waren die das nicht? Ne, ich glaub nicht, oder? Ah ne, die hatten wir schon abgescannt. Wer schießt denn hier noch? Ah, da muss man sich unbedingt runter, die haben ja eh nix dabei. So wie healen. Nicht vergessen zu healen. Oh ja. Oh. Alter, diese Steine, ne? Alles klar, danke. Das muss ich alles mitnehmen. Boah, geil. Der Müllcontainer sieht aber auch cool aus. Was hast du denn noch? Ego Scream, dankeschön. Ich versteh dich schon. Hä, ist das ne Mario-Blume? Krass. Oh, hier ist... Hier ist noch so'n Regal. Oh geil, da sind Verbände drin. Ja. Hä, ich hab mir da welche geschenkt. Ne, ich mein diese, wo alle instant sofort hochhallen. Ach so. Irgendwie benutzt ich die gar nicht, ich weiß gar nicht warum. Die sind eigentlich echt gut. Vor allem wenn man halt... Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh ne Ampel. Oh ja, nimm die mal mit, wenn es geht. Oh nein, ich bin in Lava getreten. Ich vor die Brot. Ja, geil. Vorsicht Lava. Alter. Lava. Wo will ich hin? Au. Oh. Irgendwo hängt ja mein Kumpel Sauron ab. Ähm, ich habe Angst da weiter zu gehen, das sieht mich aus wie ne Grube. Proordinator, dankeschön. Bitte jetzt grad nicht donaten, es ist grad ein Problem. Vorsicht, da ist noch ne Giftpfütze. Was ist denn das für ein Planet, Alter? Alter, Mini-Drache. Nein! Oh! Nein, 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 nein! Oh! Ich muss mal kurz hier. Alter, was willst du denn, du Krackvogel? Komm her! Der ist schon tot. Oh, Alter. Vielleicht sollte man hier doch nicht, aber so... Juhu! Lava-Lava-Ballon, cool! Wir nehmen die Kiste auch mit, wenn du Platz hast. Ich mein, du hast ja jetzt Platz. Ja, ja. Ich hab ne Lava-Kur hinter mir. Du giftest du, du Missgeburt. Was? Was? Oh, das gibt's doch nicht, ey, überall. Ja, 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 ja. Fräst du Scheißen. Ähm. Boah. Oh, cool. Okay. Oh, ich muss die mitnehmen. Was ist das? Helm des Feuerfürsten. Achso. Ja, gut, also. Heilige, ey, und ich muss healen. Ich hab das Gefühl, muss man sehr oft healen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, geht. Ist schon a wing. Oh, Alter, diese fucking Steinmonster, ey. Und wie viele es davon hier gibt. Ja. Das gibt's doch nicht. Die ist alles voll. Du bist fast tot. Du bist fast tot. Ja, ja, ich bemühe mich. Boah. Na los, heal dich weiter. Ich hab meine Waffe gar nicht mehr aktiviert. Ich hab nur noch dieses komische Ding aktiviert. Das wirkt hier auf jeden Fall sehr vertrauenseinflößend. Ja, ja, ja. Ist schön hier. Ah, klar. Oh, Diamanten und Solarium. Ah! Und eine Stahl... Oh nein. Ich habe Angst. Was denn? Eine Stahltrommel. Oh. Die Lärm macht, Tobi. Cool. Ich hab sie gerade eingesteckt für zuhause. Weil ich dachte mir, ach naja, er hat ja Spaß dran. Das ist ja wieder Tagelack in seinem Zimmer. Bumm, bumm, bumm. Da hat der junge Spaß dran, ja. Ja. Vorsicht. Da geht's tief runter. Alter. Was ist denn das, so felsiche Viecher? Hier. Alter, wie viel steckt denn der ein? So. Hast du schon durchsucht? Klar hast du durchsucht. Ja, war nur ein anderer Verband drin. Schönes Feuerchen da unten. Ah! Ah! Oh, diese Mistviecher. Lass sie doch stehen. Das gibt's doch nicht! Nein! Alter! Nein! Das ist doch echt, man kriegt die überall noch auf die Fresse hier auf diesem Planeten. Nein! Vorsicht! Oh, Vorsicht, die spucken gleich. Achso, boah, ich dachte... Oh, da ist ne Kiste drin. Äh, warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Es wird aber schwierig da dran zu kommen. Geht. Oh, geil, geil. Ich boff dir auf! Oh. Ja, die Bomben kannst du mitnehmen da, diese Lava Bomben. Okay. Cool. Vorsicht! Du Opfer! Au! Da hab ich die Lava geschubst! Da ist wieder Lava Bomben drin. Ich muss weg, ciao. Oh, du qualmst. Äh, wen. Nein! Oh, mein Fuß. Ich spür meine Beine nicht mehr. Alter. Alter. Vorsicht, hier ist ein großer Lava-See. Oh, tschüss. Oh, ja, eine Bauer, geil. Hi. Endlich sicher. Ähm. Sisswasser-Triumph. Oh, die mögen uns nicht. Nein, ist mir gerade aufgefallen. Vor allem, die halten auch ein bisschen was aus. Vor allem, warum? Haben die ganzen Typen und Arschleigen hier alle Waffen dabei? Das weiß ich auch nicht. Sisswasser-Triumph. Hey, Tobi. Oh, da bist du. Yeah! Fuck. Oh Gott! Ich dachte, wir sind Wissenschaftler. Warum haben die... Warum haben die Waffen dabei? Headshot! Ich muss dringend nochmal healen. Warum mache ich eigentlich einen Team hier? Scherze! Nein! So. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Oh. Oh, oh. Bist du tot? Ne. Er vergiftet sich lieber, weißt du? Wissenschaftler-Mantel, Tobi. Alles fürs Team. Was kann ich denn dafür liegen lassen? Den Granatwerfer würde ich gerne behalten. Oh, 19,2! 19,2... 15,4. So. Ah, der ist wohl die Forschungsanstalt. Ja, das sind meine Uranen, Tobi. Das sind meine Uranen. Die sind ja auch sehr ähnlich. Ja gut, inzwischen habe ich natürlich schon einen kleinen Wandel hinter mir, ne? Ich bin jetzt ein Sex-Dämon. Ähm. Du hast gerade alle Tiere rausgelassen, glaube ich. Oh ja, kann sein. Das ist ja eine gute Idee. Spaß! Ja! Ja! Ich bin fast tot! Äh, Tobi! Ich bin tot! Oh, Alter! Oh! Kannst du zu mir beamen? Ich hab's grad noch, ich komm mich grad noch so retten. Alter! Heieieieiei! Liege ich da drüben? Ach ne, da unten. Äh, links! Vorsicht! Da kommt gerne Besuch. Ich würde mir gerne von der Technik ein bisschen was mitnehmen. So Sachen, die man vielleicht bei uns zu Hause benutzen kann. Hm. Hm. Haltender Schalter. Ne. Alles klar. Electric Rain. Oh ja, geil! Sieht schon cool aus hier. Das Ding hier auch? Ich nehme das auch mal mit. Ja, das Bett. Sieht nett aus. Schön, wenn man eins hat, ne? Ja, das ist richtig. Aber ich hab, ich hab ja schon, Tobi. Brauchst du mich nicht mitnehmen? Das ist super lieb. Ja, 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 easy. Du bist so selbstlos. Ja, so bin ich eben. Dafür mögen mich auch alle meine Freunde. Alle meine Freunde. Huch. Huch. Alter, wie einfach nur noch lauter Viecher rumlaufen. Lass mich hin, Leute. Oh, das ist eine gute Idee. So. So. Oh. Okay, das ist cool. Mist. Wo bist du? Äh, ich hab keine Ahnung. Irgendwo unten. Achso, aber noch im Labor. Ja, ja. Okay. Ich bin schon wieder weiter. Ja? Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Mal ganz ehrlich, im Labor war es im Vergleich relativ sicher. Oh, geil! Na? Was ist das? Oh Gott, ich geh. Tschüss. Nach, nach der Hochzeitsnacht hab ich mich abgeschminkt. Alter, ich. Ach, ein Kräubich. Voll der Bastard. Einfach so richtig, richtiges Bastard, Kind. Alter. Oh cool, was ist das denn? Oh, ähm. Oben sind wir auf jeden Fall sich, äh, sicherer. Hey du Opfer, geh weg. Alter, diese Steine. Nachts sind doch viel schlimmer. Was ist hier passiert? Ich muss raus, Tobi. Es war eine Falle. Oh fuck, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, das stimmt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Vorsicht, Tobi. Vorsicht. Oh oh oh. Was war das? Wie, was? Nein. Hier ist alles. Oh my god. Ciao. Alter, es ist da nichts. Ist mir gerade ehrlich gesagt. Ich muss aber nach oben, ey. Das geht nicht mehr. Es ist, ah. Diese Maske. Boah, was für ein Planet. Wie viel Solarium haben wir eigentlich inzwischen? Äh, warte mal. Zwölf. Ich hab zwölf Solarium. Hast du ja auch welches? Ich weiß gar nicht, wie wir brauchen. Ja, 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 ja. Ja, ich habe... 32. Oh geil, Alter. Kannst du mir gönnen? Ich gön... Mit dem Blick sagt er, kannst du mir gönnen. Ich wohne hier im Haus. Ja, oh, Alter. Was wollten wir damit eigentlich machen? Ach ja, wir wollten eigentlich das Pocket-Universum erstellen. Okay. Kinoop, dankeschön. Und Vollinator und Tyrus live. Und Ego-Stream hab ich auch mal vorgelesen. Ich erinnere mich. Danach war ich einfach... Oh. Junge, Junge, Junge. So, nee, was... Was wollte ich... Wo waren das nochmal? War ja an der... So eine komische Bergbank. Boah. Du hast nicht zufällig meine Meta-Manipulator-Update-Dinger noch gefangen, bevor sie in die Lava gefangen sind, oder? Nein, ich hab relativ wenig von dir gefangen. Aber ich hab... Ich hab... Meta-Manipulator kann ich dir noch geben. Nee, Quatsch. Kein Ding. Alles gut. Ich brauch die ja eh nicht wirklich. Nee, behalte die mal. Findet man ja an allen Ecken und Enden. Ich hab 86. Ich kann... Ich geb dir einfach die Hälfte. Komm. Komm. Kommst du? Nein, das kann ich nicht annehmen. Komm her! Komm Junge! Komm her! Ich bin jetzt kein Junge mehr. Guck dir doch mal meine Haare an. Warte mal, ich häng dir hier nochmal hin. Guck mal. So. Guck mal. Hier. Hast du Spaß dran, wa? Alter. Ich bin ein Gesamtkunstwerk, Tobi. Du bist hässlich. Was? Was? Ja, also... Nein. Ja. Das viel, was da... Ne? Tobi? Ja. Tobi? Komm mal. Es ist das... Es ist dein Cinderella-Märchen, Tobi. Es ist dein Cinderella-Moment. Tobi? Tobi? Und so saß... So saß Cinderella noch weitere 200 Jahre in ihrem Zimmer. So, ich... Hier geh ich rein. Berliner Jung, dankeschön. Alter. Huch! Es geht gar nicht. Geh weg, bitte! Huch! Huch! Tobi! Ach, egal! Huch! Huch! ihn. Hoak, also Jesus. Tobi! Huch! Tobi! Hamm, dieser hört sich aus. Tobi! Huch! Tobi! Oh Trinkt tagsüber leider nichts Hier entschuldigung hab ich eigentlich hab ich eigentlich dafür was da na warte 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 tobi 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 bleib mal stehen Tobi? 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 Ja? Tobi? Nein! Riech mal! Nein! Nein! Boah, ist das wieder nicht einfach, nur ist das wieder nicht... Nein!